Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, einen Teil meiner Ausstellung zu sein, die am 13.8. eröffnet wird. Und zwar möchte ich gerne ganz viele Papierkästchen in der ehemaligen Sonarbebühne sammeln. Und dazu würde ich Sie bitten, solch ein Papierkästchen zu halten. Einen persönlichen Inhalt hineinzeigen, das ist mir ganz wichtig, dass etwas Persönliches von Ihnen in diesem Kästchen ist. Und bis zum 13.8. sollen alle Kästchen in dem Raum versammelt sein. Und zur Ausstellungseröffnung kann dann jeder, der ein Kästchen beigetragen hat, sich ein Kästchen einer anderen Person mit nach Hause nehmen. Ich würde mich wirklich sehr über Ihre Unterstützung freuen und natürlich auch über ihn kommen. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.